Mein Name ist Ingrid Heimke. Ich bin niedergelassene Kinder- und Jugendärztin. Seit Anfang dieses Jahres suchen mich zunehmend Familien auf, deren Kinder unter psychischen Erkrankungen leiden. Ich sehe unter anderem Depressionen, Essstörungen und Schulängste. Diese Krankheiten gab es immer, aber noch nie in meiner ärztlichen Tätigkeit habe ich so viele Kinder in einem so kurzen Zeitraum unter diesen schweren Krankheitsbildern leiden sehen. Die Künstler von Allesdichtmachen haben den Menschen eine Stimme gegeben, die momentan zu wenig gehört werden. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und meinen tiefen Respekt aussprechen. Es ist nun Aufgabe der Gesellschaft, nach einer Lösung zu suchen, wie Infektionsschutz, Wahrung der seelischen Gesundheit und Achtung der Grundrechte gelebt werden können. Ich glaube, wir müssen sie wirklich bedanken und irgendwie ganz schön in dieser Lage schauen.